hallo leute und willkommen hier bei me apple cat da liegt unser patient ein iphone 6 dessen akku schon deutlich am schwächeln ist denn schaut euch mal hier den akku zustand an der ist ja ich sag mal bedenklich also müssen wir dort was tun denn maximale kapazität 66 prozent der steht ja ich sag mal kurz vor dem exodus aber das ist ja gar kein problem denn für 20 25 euro bekommt man hier einen echt guten ersatz akku ich habe mich hier für die variante von hacknaven entschieden die haben eine super tolle verpackung aber das ist hier nur ganz am rande die haben echt eine tolle verpackung und vor allem aber auch ganz wichtig ein echt gutes hochwertiges produkt so und dann packen wir das ganze mal aus ich mache es ganz flott wir haben dort einmal den ersatz akku drin in knallig grün dass man auch ja sieht das ist ein hacknaven akku und mitgeliefert werden auch noch die power strips also die klebestreifen um den akku dann später im iphone zu befestigen und die werkzeuge die man eben für den umbau braucht so ein kleines plektrum ist ein plastik werkzeug und insgesamt drei verschiedene schraubendreher und ganz zum schluss gibt es natürlich noch den obligatorischen saugnapf also so ist der aktuelle stand freunde und dann legen wir auch direkt schon los und starten wie immer unten mit der entnahme der beiden pentalob schrauben rechts und links vom lightning anschluss also da den passenden schraubendreher euch schnappen der sieht so aus wie so ein kleiner stern und dann einfach mal die beiden pentalob schrauben hier raus drehen und legt sie sorgfältig zur seite freunde das sind ganz ganz kleine schräubchen wenn die mal vom tisch fliegen dann könnt ihr aber auf allen vieren mal schön suchen gehen glaubt mir habe ich schon das öfteren gemacht im nächsten schritt nehmen wir dann den saugnapf setzen den knapp oberhalb vom home button an und dann heißt es vorsichtig das ganze nach oben ziehen am besten so mit einer hand wie das hier seht so dass sich unten ein leichter spalt bildet zwischen display und dem iphone rahmen und in diesem spalt könnt ihr dann vorsichtig das plastik plektrum einfach mal rein stecken nicht zu tief nur so dass es eben leicht drin steckt mit sage ich mal einem millimeter oder so und dann könnt ihr mit diesem plastik plektrum die verschiedenen clips dann lösen und somit das komplette display dann vom gehäuse trennen und entriegeln wenn das dann geschafft ist dann könnt ihr das display einmal nach oben klappen aber bitte vorsichtig das ist immer noch verbunden mit den flex kabeln auf dem mainboard und mit denen muss man immer ein wenig vorsichtig umgehen man kann jetzt im nächsten schritt hier diese schrauben lösen dann diese abdeckung runternehmen und das display komplett abbauen ist eigentlich zu empfehlen aber ich spare mir den schritt gerne weil ich ein bisschen faul bin und nehmen dann hier mein plastik werkzeug und ja stell das dann so auf als wäre das so eine motorhauben halterung und macht dann direkt mit dem nächsten schritt weiter also ihr könnt auch fixieren aber dann bitte auf das display aufpassen nicht dass das rum fällt und die kabel beschädigt werden sicherer ist es das komplett zum demontieren aber ich mache es eben gerne so dann schnappen wir uns einen kreuz schlitz schraubendreher denn die nächsten schrauben sind hier schon fertig und das sind insgesamt zwei stück einmal das und einmal dieses schräubchen und die drehen wir jetzt einmal los und wie immer freunde legt sie gut zur seite merkt euch wo welche schraube hinkam denn die sind unterschiedlich groß das macht apple immer ganz gerne und wenn man die falsche schraube ins falsche loch dreht kann man durchaus was beschädigen auf dem mainboard dann nehmen wir noch diese ganze metall abdeckung hier runter wo dann auch unter anderem deswegen machen wir diese abdeckung runter der anschluss der batterie auf das mainboard liegt denn die batterie müssen wir natürlich gleich erstmal abtrennen und dann legt ihr einfach die abdeckung mit zu den beiden schrauben jetzt wo die abdeckung entfernt ist kann man hier sehr schön erkennen wo die batterie oder wo der akku mit dem mainboard verbunden ist das ist hier dieser kleine anschluss und den kann man mit dem plastik werkzeug ganz ganz leicht ablösen vorsichtig mit dem plastiktool unter den anschluss gehen und leicht nach oben hebeln das ist nur so und ich sag mal so ein klick anschluss wo das dann reingeklickt ist und wenn das dann getrennt ist dann besteht hier auch kein stromfluss mehr und wir können mit dem nächsten schritt weitermachen und das ist ja der kleine fummelige denn wir müssen jetzt die klebestreifen lösen die unter dem akku hier noch sind und den akku fixieren ihr habt ja eben schon gesehen drei neue werden mitgeliefert drei stück müssen wir hier entfernen das sind die sogenannten magic pull tabs und das ist immer so ein kleines glücksspiel man muss die erst so leicht lospiedeln dass man einen angriffspunkt hat und dann mit gefühl schön flach nach hinten weg ziehen und daumen drücken dass die dinger nicht reißen und die reißen echt gerne ich sag's euch ich habe jedes mal ein bisschen bauchschmerzen wenn ich die raus ziehe denn wenn die mal gerissen sind und ihr habt zu wenig davon raus bekommen dann wird schwierig und gefährlich da muss man nämlich irgendwie den akku raus hebeln dabei kann er beschädigt werden kann anfangen zu brennen und also macht den schritt hier wirklich langsam und gewissenhaft ihr seht hier ein richtiges ja kaum gummi ist das hier also ein sehr sehr flexibles material eigentlich eine super sache dass man hier überhaupt die akkus so rausnehmen kann aber naja nicht ganz ohne probleme also alle drei schön vorsichtig flach nach hinten raus ziehen lasst euch da zeit dass das alles gut geht und wenn das geschafft ist können wir den akku einfach rausnehmen da seht ihr den großen jungen hier der nur noch 66 prozent leistung übrig hat und damit hätten wir unser iphone quasi freigelegt und man kann mal einen schönen blick in das innere riskieren und mal bewundern wie hier so ein telefon zusammengebaut ist ich schaue mir das immer wieder ganz gerne an aber genug gestaunt wir nehmen uns jetzt hier den austausch akku und die magic pull tabs die dann am besten hier direkt auf den akku aufgeklebt werden einfach die eine folie abziehen alles schön platzieren schauen dass auch die bereiche wo angegriffen werden soll falls der akku noch mal gewechselt wird dann auch im unteren bereich liegen und dann einfach schön auf den akku drauf kleben der nächste schritt ist ganz einfach den ersatz akku noch mal passend dann ins iphone einlegen und ein bisschen festdrücken damit er dann schön fixiert ist und im nächsten schritt einfach noch mal die verbindung von der batterie vom akku zum mainboard wieder herstellen also einfach den stecker aufstecken das macht ihr mit finger merkt ihr schön wenn es klick macht dann sitzt das alles wieder in position sollte hier das kabel wie in meinem fall nicht optimal passen müsst ihr das vielleicht noch ganz bisschen in position biegen macht das vorsichtig das ist in der regel aber gar kein problem da seht ihr es die verbindung gesetzt und bevor wir jetzt hier wieder alles fertig zusammenbauen gibt es erstmal den test ob noch alles funktioniert also einmal das display runterklappen power button drücken und wir sehen ja wohl das iphone fährt hoch von daher ist hier schon mal alles gut gegangen und wir können dann weitermachen und zwar indem wir dann die metall abdeckung noch mal drüber setzen die beiden schrauben rein drehen anschließend das display noch mal komplett schließen dann müsst ihr bitte darauf achten dass hier oben diese laschen am display erst unter den rahmen schiebt und dann vorsichtig an der seite die ganzen clip verbindungen wieder runter drückt so dass alles wieder hier richtig passt macht das wie immer mit gefühl ihr wisst ja das hier ist empfindliche technik da macht man am besten nichts mit ungeduld und auch nichts mit gewalt so wenn das geschafft ist einfach noch die beiden pentalob schrauben unten eindrehen und wir können uns das endergebnis anschauen und das sagt uns so wie es sein soll maximale kapazität 100 prozent wenn ihr an dem punkt seid herzlichen glückwunsch ihr habt euren akku erfolgreich gewechselt und massig viel geld dabei gespart so freunde ich hoffe diese anleitung war für euch interessant und vor allem hilfreich wenn ihr noch mehr reparatur videos sehen wollt schaut mal in die video beschreibung dort habe ich meine playlist wie fixe reparaturanleitungen ich habe da schon eine ganze menge bei verschiedensten iphones repariert akkus getauscht displays getauscht und 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 also vielleicht findet ihr dort genau das richtige für euch ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss und bye bye bis zum nächsten mal euer me apple cat macht's gut